ein scheiß ja vielleicht war das von ein toter zombie von einem lass uns mal hier links vorbei sehen jetzt uch seid ihr ja toll bin einmal drüber gejumpt ja ist egal links wenn man da nicht ins wir könnten aber das ist natürlich gefährlich die ganzen zombies kommen wir mit wir machen das gleich anders zwei leute werden im wald sitzen und entgegen beobachten einer geht alleine das leicht sich rein da haben wir nicht die so viel zombie probleme und so weiter und so fort jetzt sind keine mehr im konzern sehr gut jetzt muss man aufpassen weil die anderen wir sind wir schleichen auch ziemlich viel habe ich gehört gehört nicht gehört ich muss mal kurz trinken hat einer im chat geschrieben gerade deswegen denkt dran trinken sparen erst wenn es blinkt trinken ich mache das ich warte auch hier es war schon fast ganz unten ich lege mich mal hier drüben mit gewissen mal ganz schnell licht bei mir an einen augenblick ja wird dunkel bei mir schneid es gerade noch noch ist hier nicht los wie geht nochmal mit fernglas schauen mit z oder b wie war das b glaube ich b glaube ich b ja b boah meiner wackelt wie sch*** ich glaube ich sehe da hinten wen warte ich muss painkiller ausnehmen ich weiß gar nicht wo ihr seid ich glaube messi ist jetzt gerade erst vier stockwerke runter gelaufen damit er dann irgendwie das licht an machen kann in seiner großen villa deswegen dauert das so ein bisschen ach hat der eine villa auch schön quatsch ich weiß es nicht ich bin wieder da ich bin wieder da quatsch nein das habe ich nur noch richtig hinsetzen müssen ja ähm scheiße okay ihr seid alle hier geschossen hä was ich habe nichts gehört ich habe echt nichts gehört war das vielleicht bei messi irgend bei mir nicht hat er rumgekippt irgendwas gehört ich habe auch was gehört aber ich glaube ich glaube das war jemand bei euch hier im ts oder nicht es kann sein dass das ein stuhl war okay okay ladies weiter geht's komm ich habe nämlich ich habe nichts gehört die mir schreibt im chat jemand ihr seid so ziemlich die high equipped ist schon mal gut echt ja geil so ein bisschen was fehlt so eine scheiße viele andere laufen wohl noch mit taschenlampen rum oder was denn mit schaufel rum das schaut rum damit du den anderen leuten das grad schaufeln kannst oder was oder mit dem hunting die waffen reichen doch ne entführt reicht für alles ein schuss entführt beim lichter betäubt meistens ja es ist zwar scheiße und die anderen werden das auch hören aber ist egal ja wollen wir uns hier irgendwie eine hütte bauen oder so und uns zurückziehen ja komm wir dürfen ja wir haben ja liebe zuschauer die regeln wir dürfen nicht campen ne also ja ja 5 minuten 5-6 minuten auf jeden fall aber ja danach nicht mehr dann legen wir jetzt hier 5 minuten busch und gehen dann 3 meter weiter und legen da 5 minuten ja genau ja mach das klingt doch ganz gut also mir wurde gerade geschrieben dass jemand ein cerno ist hat diesen schulden also die war mit dem fahrrad kleinig hingedüst natürlich das ist theoretisch gar nicht mal so schlecht wir haben jetzt unser vorteil ist wir haben der ak bei dem lieben der marfa die ne ja ich trink mal eben was und essen ja noch nicht gleich so kann weiter gehen was schon schön das gefühl wenn man genug essen und trinken dabei hat oh ja ich träume von einem dichten dunklen wald in dem ich blut junges survivor ausrauben und vergewaltigen kann ohne dass jemand ihre reihe hört und mich verbetzt kennt ihr die war das nein das war robin hood kennt ihr nicht diese robin hood verarscht von harald schmidt auf ihrer youtube ne von harald schmidt nicht ja da ist so eine riesengroße war legendär ehrlich müsst ihr sehen da vertont er halt hier dings ne Robin Hood genau was ist denn dein Ziel wussten du jetzt eigentlich hin also ich hab jetzt als karte wir können es mal kurz hier hin hocken auf der karte habe ich mir jetzt markiert den ort mogilevka du hast die karte ich guck mal wenn du keine karte mogilevka habe ich markiert ich weiß noch ob wir überhaupt hin können keine ahnung da ist so ein hügel genau so ein hügel das ist ja relativ nah an Czerno genau das ist so mittig zwischen Czerno und Elektro dann können wir uns aussuchen was wir machen oder wo wir hingehen das ist von uns aus jetzt noch ich würde sagen wir haben ja echt Zeit und äh bisher ist ja echt noch keiner abgestorben oder so wir haben ja jetzt den vorteil dass wir halt die guten waffen haben theoretisch müssen wir jetzt die leute wegschalten ne bisschen action hier stimmt auch ich glaub äh ich weiß gar nicht ob ich sowas erzählen darf ich hab glaube ich in meiner ganzen daisy karriere nur zwei leute umgenietet was ja was nein hab ich ja mit einer Axt mehr was ist mit dir zwei ich bin so ein netter survivor ja sag doch mal den anderen bitte alle nett ich sag immer können wir nicht drüber reden oder so den einen habe ich sogar ein Lied gesungen aber da hatte ich eine Axt in der Hand und er hatte nichts und dann habe ich ihm irgendwie ein Lied gesungen aber da hatte er so ein bisschen Angst und ist dann weggelaufen anscheinend gibt es hat schon eine Gilles gefunden und freitag der 13. hat hast du die Musik gesungen oder was ja also ich hatte schon einen Tarnanzug sagt mir gerade jemand aber ich weiß nicht ob ich den Chat überhaupt reden da ich denke mal schon ne Alter Messis Informanten sind überall ja so läuft das okay also die anderen posten bei denen auch nichts also solltet ihr auch nichts posten liebe Zuschauer dann lassen wir das mal einfach weg keine Posts stimmt du Posts wie gut wir sind ja ja wie episch genau wie episch wenn ihr wisst was die anderen so treiben behaltet das für euch und lacht euch schon mal kaputt ihr wisst ja wann die Action dann los geht ne also immer im Kopf behalten ja können wir dann sehen wenn wir irgendwie aufeinander zu laufen oder so ich hab euch jetzt verloren wir sind hier rechts auf der Straße runtergerannt auf der Straße ok wir werden dann auch durch den Busch ja wir haben hier zwei NRW ne der 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 Nick kommt auch aus ne woher weißt du das hast du letztens schon mal gesagt oh ach verdammt ja stimmt hast dich schon verletzt ja Aachen habe ich gesagt ich erzähle immer so viel Aachen genau hier einer meiner Moderatoren hier der Tabris ist ein guter Kumpel von mir der kommt auch aus Aachen oder aus der Nähe ja ich wohne so äh 30 Kilometer wartet mal kurz ich check uns die Gegend hier mit der wir stehen hier auch voll offen mitten auf dem Berg damit uns jeder sieht das hab ich mir auch gerade gedacht das ist eine ganz böse Idee so mal gucken wo die anderen sind das spricht die Kugel-Date-Erfahrung hier guck mal grad durch mein Ziel das lustige ist ich kann da jetzt mal eine Anekdote erzählen das lustige ist als Daisy damals so berühmt geworden ist habe ich Urlaub im Bayerischen Wald gemacht und da war ich sehr nah an der tschechischen Grenze und da bin ich durch die tschechische Todeszone gelaufen und hab Fuß gemacht von der Gegend und das sah aus wie teilweise hier bei Daisy also das ist schon echt krass also wenn du da selber so durchläufst deswegen sag ich auch immer ganz gern dazu Daisy ist der Wandersimulator weil das halt doch alles sehr ähnlich aussieht und man hier doch sehr viel rumrennen muss bei uns auf dem Dorf sieht es so aus außer dass es da so viele Berge gibt und die Autos und so was gibt es auch alle die so kaputt sind okay wir haben 900 Meter bis zum Mogilevka das ist da vorne also in die Richtung wo ich jetzt gucke 900 Meter ist Mogilevka aber da ist ja nicht mehr soweit scheiße also sollte ich sterben überlasse ich euch dann meine AK ja ich überlasse euch hier jeder mal lässt dem anderen alles ihr habt doch 30 Schuss einen wunderbaren Rucksack ich nehme nichts mit ins Grab also ihr könnt mich auch rauben falls ich verrecke das blöde ist normalerweise sieht die sieht total gut aus aber wenn du irgendwie angeschlagen wurdest oder so dann ist die Grafik so sieht so ätzend aus ja was mich auch nervt dass es manchmal so richtig hell wird und so richtig dunkel also gerade habe ich es auch wieder voll hell keine Ahnung warum 700 Meter ich zum Versuch schon so ach dann müssen wir jetzt auf Berg hoch ne so mehr oder weniger hier am See kurz die Flaschen auffüllen haben wir ja trinken dabei das ist gut da kann jeder mal einen Schluck hin dann sind wir aus der Hand aufgefrischt sozusagen also ich habe jetzt keine Feldflasche dabei oder sowas gar nicht nicht habe ich eigentlich mir nicht leisten sollte ihr wisst doch wie da läuft ihr braucht die Namen wo die anderen sind braucht ihr nicht verraten wir kriegen das schon gemacht ihr kennt das doch ich will es auch nicht wissen so Phil Water ich krieg mal eben was auch wenn ich gar nicht brauche Phil Water tue ich euch die Dinger mal in den Rucksack könnt ihr euch jetzt bei mir hinten rausnehmen ja ok zwei Flaschen drinnen für jeden tut ihr wieder rein oder füllt ihr selber wieder auf behalte die einfach auffüllen behalten ja cool danke ich brauche nicht wissen wo die ach ich habe hier was wir erkennen können die kann man ja das Wasser jetzt gar nicht abkocht ne aber egal hallo Steffi vom Planet Key dass man nicht dabei auch krank wirst wie ich gestern geärgert habe ja stimmt werft meine Soda kennen wir weg warte mal so kommt da rein wer hat wer hat hat jemand ne Schockern ne 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 dann hier AK Munition ich schaue grad was ich alles in meinen Rucksack packe wenn ich mehr Platz habe guck auch mal was ich hatte ich habe noch ein paar 2 rounds slugs und Makar drauf Magazin habe ich noch dabei also essen habe ich ja 4 5 6 7 8 9 9 essen habe ich dabei also mit essen warte ich noch bis das bei mir blinkt ja ja aber 9 also haben wir jetzt können wir allein bei mir ich selber ich habe 2 noch ne 3 noch ja wir können weiter frag mich warum die anderen sterben sonst würden wir das doch sehen oder oder ich weiß nicht kann man auch ausschalten Todesnachrichten weil ist schon jemand tot ich würde gerne mal ja das würde ich auch nicht wissen da kannst du die Spione drauf ansetzen ne das ist nicht gut das ist nicht fair weißt du die anderen die YouTuber die haben ja auch keine die mit ihnen reden das machen wir nicht wir lassen das sein wir spielen ganz normal weiter haltet immer links und rechts ausschauen ne ihr wisst ja mit alt und so ich glaube hier eine Pampa weniger wenn sehen wir irgendwo welche in den Dörfern oder Städten oder so unterschätzen ne die liegen auch viel im Wald du kannst du sicher sein die wollen ja alle überleben und die schleichen rum und so da unten links ist ein Zombie unten auf dem freien Feld bei der Hütte wo ist es ein bisschen spannender wir nähern uns der Stadt 400 Meter hier hier da hat das schön an dem Spiel es hat halt wahnsinnig gute Stimmung eigentlich ne ja auf jeden Fall wenn man in der Gruppe spielt es alleine finde ich das ein bisschen blöd ich dachte nach der oben da läuft einer gedugt lang schleichen einfach mal da sind zum video darum und kriegt man habt ihr schon den neuen blog gesehen da gab es jetzt ein video dazu darüber wie er die wie sie die neuen animations gemacht haben ja jetzt wirklich neue bewegungen das finde ich geil bin auch richtig gespannt wie viel zombies ist dann wirklich geben sollte ob es dann wieder nur so zwei drei oder ob es dann wirklich keine ahnung 10 15 gibt oder so ich sollte vielleicht nicht direkt auf der straße kriegen auch hier wollte die straße überqueren und das ist mal wieder hocken das dauert zu lange manche ja das sind unsere 100 Meter wenn wir jetzt den ganzen Weg krabbeln die Wendt vorbei sind ja nicht in der Krabbelruppe oder so ich dachte dass ich hätte das geht schneller aber das ist halt echt zu langen es wundert mich dass wir schon so weit im Süden sind hätte ich jetzt nicht gedacht ja schon relativ eigentlich das stimmt aber wenn die das ausgeschaltet haben wenn wenn jemand ist dann aufpassen jetzt hinlegen was ist was los hier haben wir das dorf mit dem schweinestall hier gibt es relativ viel loot und hier ist mit sicherheit schon jemand vorbei oder jemand da oder jemand beobachtet das dorf irgendwas ob es auch auf einem offenen fels kriechen wir hier so rum also wir behalten uns ein bisschen links richtung straße da unten ist die schweine schon da rennen wir gleich direkt rüber da drin haben wir dann erstmal sage ich mal schutz aber nicht nach da vorne dann bis zur kann und dann da runter klassen